Sportstars Fitzgerald, Gonzales und Doan erweisen McCain letzte Air-Football-Profi Larry Fitzgerald, Baseball-Star Luis Gonzales und Eishockey-Größe Shane Doan werden dem verstorbenen Senator John McCain bei dessen Beerdigung die letzte Ehre erweisen. White-Receiver Fitzgerald ist einer von sechs Rednern, der Spieler des NFL-Klubs Arizona-Kardinals wird direkt vor dem früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden sprechen. Gonzales, frühe Outfielder des MLB-Klubs Diamondbacks und Doan, ehemaliger Angreifer bei den Arizona-Coyotes, fungieren als Sagträger. Alle drei Athleten waren enge Freunde von McCain, der am Samstag mit 81 Jahren einem Krebsleiden erlag. McCain war großer Sport fan und hatte eine enge Bindung zu den Kardinals. Die Beisetzung findet am Donnerstag Ortszeit in Phoenix statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017